Musik Wir wollten einfach mal testen im Vorfeld, wie ist es, wenn wir die Opernsänger einfach auf die Straße schicken und die Leute ganz unvermittelt erleben, was Oper heißt, die Emotionen und die Schönheit, die Oper eigentlich bietet. Und das erleben wir jetzt hier, die Leute sind neugierig, sie lachen und es macht ihnen riesig Spaß, sie applaudieren und wir glauben von sich, dass Oper wirklich für alle es bietet. Wir unterstützen von Zürich die Oper schon sehr lange und Oper hat einfach dieses Faszinosum. 50 Berufe arbeiten zusammen, damit es am Abend auf der Bühne knistert und die Geschichten mit Gesang und Theater erzählt werden. Date 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 Datsang Date Date Date